Der erste Urlaub mit dem Wohnwagen steht kurz bevor. Aber wie funktioniert das mit dem An- und Abkuppeln an das Zugfahrzeug? Dein Team Weinsberg hilft dir. Und das in unter zwei Minuten. Bevor du den Caravan an dein Zugfahrzeug ankuppeln kannst, vergewissere dich, dass die Kurbelstützen des Caravans eingefahren sind. Zieh die Feststellbremse an der Deichsel an und dreh das Stützrad herunter. Dadurch hebt sich die Deichsel nach oben. Fahre nun mit deinem Zugfahrzeug rückwärts vorsichtig an den Caravan heran. Positioniere das Kupplungsmaul der Deichsel direkt über dem Kugelkopf des Zugfahrzeugs. Öffne jetzt die Deichselkupplung und setze sie durch Herabdrehen auf den Kugelkopf auf. Du hörst, wenn die Kupplung einrastet und das Bugrad somit gesichert ist. Verriegel die Kupplung und dreh anschließend das Bugrad hoch und klemme es fest. Dreh das Bugrad nur so weit hoch, dass im Fall einer Zugtrennung während der Fahrt das Rad als erstes den Boden berührt. Schließe jetzt den 13-poligen Beleuchtungsstecker an das Zugfahrzeug an, damit die Rücklichter und Blinker am Wohnwagenheck funktionieren. Damit das so bleibt, muss das Kabel geschützt sein. Verstaue es so, dass es nicht am Boden schleift. Zieh das Abreißseil durch die Abschleppöse oder leg es um die Anhängerkupplung. Nun kannst du die Handbremse des Karawans lösen. Jetzt schauen wir mal, ob du auch aufgepasst hast, denn das Abkuppeln funktioniert wie das Ankuppeln, bloß rückwärts. Das Bugrad herunterlassen, die Feststellbremse anziehen und das Abrissseil sowie den Lichtstecker abziehen. Dann die Deichselkupplung öffnen und das Rad so lange nach unten drehen, bis der Karawan von der Kugel abhebt. Nach dem Lösen der Bremse kannst du jetzt mit den Rangiergriffen manövrieren. Die Kurbelstützen werden erst zum Schluss ausgefahren. Jetzt kannst du den Wohnwagen sicher betreten. Dein Karawan und du – ein echtes Gespann. Dein Team Weinsberg wünscht dir eine gute Reise und eine tolle Zeit mit deinem Karawan.